hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der morgen die wir sowieso nicht sehen können deswegen hast du mich erschrocken danke nur eine geizkragen ob war das nicht das doch das war das glücksschwert so haben wir alles wieder weg eine goldene rüstung super eine goldene rüstung eine goldene rüstung wo tun wir denn eine goldene rüstung ich habe keine ahnung davon in die milchkiste soweit ich jetzt noch erwähnt hatte gestern gestern vergessen habe zu erwähnen so wollte ich sagen die informationen zu dem modpack das steht steht in der liste mit drin das ist sollte alle für sich ja aber trotzdem noch mal kurz gesagt es ist darauf ausgelegt mit dem multi mc installiert zu werden ich weiß nicht inwiefern ist problemlos mit anderen sachen geht warum hat die mich jetzt attackiert ich kann nur empfehlen multi mc mache ich sowieso generell ja und auf das mit peck bezogen erst recht hat hier auch noch alles für den scheiß träger ist das ist ein wohnung hier die müssten auch noch eigentlich ins lager naja was haben wir denn da noch dann nur noch so am rande so weil ich es gestern vergessen hat er hätte eigentlich gestern noch mit gesagt werden müssen aber nicht daran gedacht steht aber auch auf der seite eine erklärung wie man es mit multi mc macht wer es nicht kennt es gibt ein video von mir multi mc tutorial ich kann es hier noch mal einblenden hoffe ich denke ich dran da erkläre ich multi mc und gegen ende halt auch wie man ein solches not an beispiel von meinem interessanterweise sogar wie man das macht total einfach total publisch so wie durch die scheiß bücher in der tasche ich bin aber auch ein hirsch ehrlich hallo kühe ja braucht keine angst zu haben ich nie durch nicht um da freuen sie sich hört er hat schön kann man das ich glaube dann noch mal wenn wir alle hier haben also alle die wir haben so dass sind ja nochintergrund einfach nur unser gut hier ich bin schon so halte ich hätte dann muss ja auch glas da so zack 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 dieses extrem klare glas das ist echt gar nicht mal so einfach dann ich habe jetzt zwischendurch gar nicht gesehen wo ich noch setzen muss nein ich bin zu kurz ich bin gespannt ich bin echt gespannt wie weit wir hier jetzt kommen wahrscheinlich nicht so weit ich habe jetzt gar nicht aufgepasst ob schon das deck nachgelegt wurde ich hätte auf der seite gehen soll nicht idiotisch muss ich ja einmal rundherum rennen war schon wieder aber es wurde kein kompletter stack nachgelegt ok muss ich mir jetzt sorgen machen dafür die schon verblasen haben die wir da in der tasche haben oder nee da kann noch mal so da kommen wir schon nicht mehr dran wahrscheinlich oder ist das richtig dann ja hier müssen wir wieder springen oh ok so war wo und hier ach okay sie hat er glücklicherweise nicht gesetzt das war nämlich im vier klick die sonne blendet und wie sie blendet alter finne hat das schon ernsthaft also da nein okay das ist ein schöner glas geht ja nicht kaputt im gegensatz zu dem minecraft glas obwohl es ja realistischer ist muss man sagen wenn das kaputt geht was tatsächlich hin es ist ja irre da oben werde ich von da oben machen müssen und zu diesem zweck auch patricia plates mitnehmen 32 reicht wahrscheinlich eher nicht 64 könnte schon eher hinkommen aber da es nicht untergeht wie waren wir was habe ich nicht aufgehoben keine ahnung wie waren wir denn immer da hoch gekommen so aha ich bin schon ein fuchs manchmal es ist auch wahnsinn so sagt sagt ich traue mich echt nicht ins inventar zu gucken wie viel glas wir noch haben ich guck mehr als ich dachte mehr als ich dachte so die ja da drauf ich renne hier einfach so rückwärts ich habe es schon fast damit gerechnet dass ich runterfalle klack 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 reca gäbe es geht wieder los klack 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 War noch irgendwo? Mussten wir noch irgendwo? Nee. Ansonsten gibt es keine Stellen, ne? Wo es jetzt noch sein müsste. Nö. Wow. Aber eins fertig. Es ist doch Wahnsinn. Habt ihr das gesehen? Hier war gerade ein Schmetterling. Da. Okay. Der drückt also wirklich die Plates runter. Das war das Knackern letztens. Letztens. Es ist schon 10 Folgen her, glaube ich. Interessant. Aber wie viele Treasure Plates wir verbraucht haben. Alter. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viele es waren. Aber wow. Einfach nur wow. Okay. Nächste. Zack, zack, zack. Werden wir auf keinen Fall auch noch hinkriegen. Aber mal gucken, wie weit wir kommen. Und dann kommt ja noch die Beleuchtung. Oh je. Oh je. Die Lampen sind auch noch nicht gecraftet dafür. Da kommt noch einiges. So. Geht das eigentlich so? Ja, so würde es auch gehen. Ist vielleicht leichter als diese Hüpferei. Ja, oder nicht. Ich muss ziemlich genau zielen. So. Geht doch, geht doch. Alles wunderbar. Und es wird schon wieder dunkel. Da liegt jetzt tatsächlich nochmal nach. Ich habe schon fast damit gerechnet, dass es jetzt Ende ist. Habe ich einen zu viel gesetzt? Nee. Nochmal. Nochmal. Und nochmal. Wow. Wow. Ach, da fehlt der Block. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ja, komm. So. Warum legst du jetzt da hin? Du musst doch da hin. Na. Da direkt gegenüber auch noch. Der fehlt überall. Ich Idiot. Da hin. Also nicht in dem fertigen, aber in den anderen. In dem hier und in den beiden. Fehlt der auch jeweils. Das weiß ich. Hat Markus, glaube ich, auch im Kommentar geschrieben. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, ich glaube ja. Der passt ja auf wie ein Fuchs hier. Da, was ich hier mache. Hat bis jetzt jeden Fehler entdeckt, glaube ich. Finde ich gut. Übrigens. Finde ich sehr gut. Wow. Fehlt nur noch die Leiste. Ey, wir haben fast zwei Stück hingekriegt. Ach nee. Und da fehlt noch. Okay. Ja. Aber. Erstaunt nicht weit gekommen. Warum gehe ich jetzt raus? Ich kann hier drin pennen. Sollte ich vielleicht sogar. Äh. Zapp. Zapp. Und. Bis morgen. 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 Bis morgen.